Hallo, hier ist der Luca Triwando, wir sind heute am Hintertux und Gletscher und ich habe einen Trick, der für euch vorbereitet ist. Das ist Accord 700 Truck Driver. Das ist Accord. Sie warten outside, die Wasser der Möne. Sie haben unsere Leben, wir müssen sie treffen. Sie wissen, wie es fühlt sich, die Walshers Mild sein. So we take to the highest, above the dusty land of which we'll never be found. We'll never be found. Also das Ganze fängt einmal beim In-Run an. Man muss sich konzentrieren auf den Trick und dann beim Take-Off muss man schauen, dass man schön zentral über den Ski bleibt und nicht so wie beim Tail-Grab nach hinten fallen, sondern immer schauen, dass man mit dem Oberkörper zentral auf dem Vorderende von der Ski bleibt, dann bei ungefähr 360 Grad in Grab nehmen und dann auf die Landung konzentrieren und ihn hinstellen. So ja, gut, das war meine Trick-Tipp für den Quark 7er Truck Driver. Ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können und ja, safe bleiben, nicht übermütig sein und ja, vielleicht sehen wir uns an meinem Berg. Abonnieren Untertitelung. BR 2018